Jo, herzlich willkommen zurück. Oh, jetzt geht's hier um Schwierigkeitsgrad champi, ne? Eieieieieiei. Einen besseren Wagen eventuell. Den Ferrari aufmotzen. Ja, eher den Ferrari aufmotzen, das ist alles was uns bleibt, ne? Sonst habe ich da glaube ich keine Schnitte. Machen wir das mal. Zumindest das können wir uns ja erlauben. Und dann gucken wir mal hier. Country, Woods. Ab geht's. Bin ich ja mal gespannt, wie das hier so läuft hier. Wird jedenfalls nicht einfacher werden. 3, 2, 1, los. F50, Diablo, oh yeah. Na, gucken wir mal. Oh Gott, fahr doch. Na, der da vorne fährt aber auch ein Maranello. Wird eigentlich nur Positives für uns bedeuten. Oh Gott, es ist Til Probably. Na, der vorne fährt aber auch ein Hal Min Min Minigum. und zack ja jetzt wird das richtig schön knackig hier Kopf-an-Kopf-Geschichten und so oh du Pennei Mann das bei zwei Runden, das ist ja klasse hier nicht dass dieser Maranello jetzt auch noch so ein Fehlgriff ist hier oh shit, ey ja super ja jetzt zerret es an meinem Skill ja ne gut oder auch nicht gut ich bin mal gespannt wie das ausgeht ja 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 das soll Champion sein naja bremsen einen aus hier aber so geht es auch, so kann man auch gewinnen ne naja dritten Platz naja schauen wir mal eine Runde Home Town nachja okay ictional über weiter later 3, 2, 1, los! Oh yeah. Das noch bei Regen. Was ist denn das sein? So ein Sack. Lassen Sie es nicht zu, dass ich die Strecke so fahre, wie ich sie sonst fahre. Ich brauche den Asphalt für mich. Die Strecke so fahre. Ich bin bloß an der letzten Zeit, ich bin bloß an. Also die Strecke so fahre. Ich bin bloß an. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Hup morgen mehr. Hm. Street is mine. Das ist die letzte Runde. Ja. Ab dafür. So schafft man es dann nach oben wieder. Na ja. Na ja gut. Schauen wir mal wie das weiter läuft. Vielleicht krieg ich ja doch noch Gold. Hm. Raumtemperatur und ab geht die Post. Das ist hoffentlich alles bei Regen hier. Für die Krise. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Boah. Da klebt er mir am Arsch. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da hast du halt die Arschkarte, wenn ich mich wehre So läuft das Die letzte Runde ZDF, 2020 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 hier hole ich mir schön zeit raus naja gut champion halt doch auch mal easy peasy so 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 dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin haut rein